Die Gemüsekiste ist ein Lieferservice für Bioprodukte in Südhessen. Die Idee ist, biologisch erzeugte Produkte, soweit es möglich ist, direkt von den Erzeugern zu den Kunden zu bringen. Außer Gemüse und Obst liefern wir auch viele andere biologische Produkte, z.B. Käse, Kartoffeln, Eier, Milchprodukte, Fleisch und Wurstwaren. Man kann sich eine Abokiste bestellen, deren Zusammenstellung dann jede Woche automatisch wechselt. Man kann aber auch die Kisten komplett selbst individuell zusammenstellen. Und jede Woche haben wir ein Rezept in der Kiste, sodass man auch Ideen bekommt, neue Sachen auszuprobieren. Wir sind seit 22 Jahren Bioland Partner. Das Besondere bei uns ist die enge Zusammenarbeit mit den Erzeugern. Wir kennen uns alle sehr gut und so haben wir auch eine Kontrolle, dass die Qualität immer die beste ist. Die Obst- und Gemüsekisten werden täglich frisch bei uns angeliefert. Von hier aus liefern wir die Kisten täglich bis zu unseren Kunden an die Haustür. Wir liefern in Darmstadt und dem Umland eigentlich in ganz Südhessen. Wir liefern in Darmstadt und dem Umland eigentlich in ganz Südhessen.